Ja, mach ich. Kannst du länger mit Papa reden, Fih? Ja, ja, mach ich. Also ich mach auch einen Gruß. Frag mal. An Mama und Papa. Wann bleibt Sonntag? Morgen wird wieder Nikolaus. Bist du dann wieder zu Hause? Nicht im Süßen. Bei dir zu Hause. Okay, Tis, wie kommen dann? Wann kann man euch dich besuchen? Fünf Minuten. Minuten. Kann ich euch. Kann ich euch. Kann ich euch. Okay, Tis. Mein Papa hat gesagt, dass ich soll nach fünf Minuten kommen. Fünf Minuten? Ja, hat sie gesagt. Ach, okay. Wurde er nicht so weit, oder was? Nein, nein, es wohnt gar nicht so weit. Gar nicht so weit. Absolut. Dann gehen wir eben mal bis zu Hause. Ich muss ihn noch mal befreien, ob das bald ist. Es ist bald, Papa. Ja, okay. Der Papa hat ja gewonnen.